hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play ww folge 48 wir sind weiter bei der tiger jagd gucken gleich mal ob das auch die panther da hinten sind dann können wir die namn steigt auch mitnehmen das sieht doch gut aus indem ich mich auch noch ein schleichen sehen denn der panther gesehen verstecken sie auch wir wissen schon was den blut ja wo ich das kann sie die guten jetzt muss man auch level die idee sind immer recht schnell hinterher die sind immer recht schnell hinterher nur halt im höheren bereich wäre jetzt gesehen dauert es immer dann muss man ein zwei mehr killen und dann geht es nicht die quest dann doch müssen wir die panther killen oder haben wir das schon feindlich übernahme da ist ja der panther jagd auf der map gucken da unten sind die panther okay ich würde sagen geben wir ab dann nehmen wir nämlich machen wir die taschen nämlich leer das macht nämlich sinn auch wenn sie jetzt nicht arg so voll sind aber es geht ja schneller als man gucken kann immer dann können wir nämlich auch unter beweglichkeits elixier trinken endlich noch zwei level dann sind wir 40 dann könnten wir theoretisch schon weiter wandern die kp habe ich gesehen 704 nicht schlecht da habe ich gar nicht gesehen verdammt da ist das einmal gelobt hier viel ep zack bumm kristen war 388 aber der andere war größer ja das gefällt mir das finde ich gut dass ich da vorher nicht drauf gekommen bin ich hatte gestern war ich auch kurz online hatte ich nach post geguckt mit meiner hexe hatte den wichtel draußen und irgendwann habe ich gesehen dass der wichtel immer wegläuft ich bin hinterher gegangen und dann hat er immer die ratten getötet den stummend auch noch nicht erlebt es war ja lustig so haben wir da schon mal wieder was ich meine jetzt müssten wir ja genau den einen typen die wir eben gesehen haben müssen wir töten die sind sind da jawoll können wir direkt verkaufen jetzt können wir mal das auch den zaubern auch verkaufen eigentlich cool zum kochen aber was soll es und irgendwann werde ich wahrscheinlich wieder hier sein fluchen dass ich es verkauft habe auch gut oh ja ich habe gerade hier das lese wir müssten auch ähm da hätte ich wieder hinten in die höhle aber dann habe ich keine lust die höhle ist nämlich echt ätzend weil da so viele gegner sind würde sich das denn lohnen mal gucken wie heißen die köst kurzen tjo wo ist denn das ist falsch falsch somit sie da nicht wirklich lassen wir noch offen andere sachen mit da ist nämlich der sindal damit laufen quasi genau darauf zu den schon mal in der tasche und kriegen da auch ein neues paar handschuhe das finde ich toll dann würde ich sagen machen wir das so dass wir dann mit 40 zum lehrer gehen was man 39 machen wir schon mal ein paar aussätze da müssen wir hin weil dann können im schweren rüstung tragen dann haben wir etwas mehr auswahl ich glaube stärker macht nur ein ap und beweglichkeit beim jäger und beim schurken noch zwei ab oder ist auch nicht so ganz stimmt glaube ich das haben die erst nachher ganz geändert beweglichkeit angriffskraft stärke ich weiß auf jeden fall dass man beweglichkeit er nimmt beim jäger als stärker lustigerweise beim schaman ist es damals noch andersrum braucht man nämlich stärker aber hatte schon mal erzählt weil die flächen hatte ich eigentlich für den schamanen hergestellt aber da ist eh nichts so viel bringt habe ich lieber stärke flächen genommen nachher so und nein holen wir uns nicht in die sondern wandern weiter tun wir uns die pante eine kurze will ich gerade nicht dislike und so ich könnte auch hier die dinger von der bohrinsel nehmen die gorilla allerdings lausch mit der schwänze oder wo sie noch nicht gerade fertig das ist jetzt sind kämpfen uns zu beunseln durch die Guck, 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 guck. ich habe das gefühl schlägt schon wieder auf die stimme sich angeschlichen lump wo ich gerade den raptor sehe ich habe tag auch den neuen dressig park gesehen beziehungsweise world ist auch richtig gut macht den kann man erstmal gucken Das sind auch wieder die französische Masse, jetzt sehe ich sie, hahaha. Könnte sich nicht mehr verstecken. Alles im Blick, ich war damals auch, ähm, wie der Schuller Saarbecken fand ich auch total super oder Nagrand mit dem, äh, Schamannsache schon, wir haben Schurken damals, weil mit dem hatte ich auch ledern. Der Dean nimmt alles mit, glaube ich. Oh, wir müssen bald wieder Pfeile kaufen. Wir haben nur noch 970. Hat sich zwar recht viel an, aber ist viel schneller und weg. Leider. Ich meine, jetzt kommen wir auch wohl, haben wir uns jetzt nicht voll gekauft. Neues Essen, äh, Essen, aber wir sind ja schon 38. Verpeilt mit dem Kaufen. Und trinken können wir auch, weil ich meinen Melonsaft gemützt jetzt holen. Weil die, weil der Melonsaft besser ist. Ja. Da, gut, die sind wieder ein bisschen verpackt. Finde ich toll. Weil die dann nicht zu einem Laufen und einem aufs Maul hohen. Bleiben ja nämlich einfach stehen. Als Jäger und Fernkampfklassen, äh, andere Fernkampfklassen, ganz cool. Allerdings als Nahkampfklasse, scheiße. Manchmal hat man das Glück, wenn man die killen, dann bleiben die stehen. Dann geht man näher, dann pullt man noch andere. Äh, es ist manchmal echt furchtbar. Vor- und Nachteile von Bugs und Fernkampfklassen. Okay, der ist nicht verpackt. Aber wie gesagt, die Trimmaus. Keiner da, keiner da. Da. Wenn ich was suche, dann gehe ich meistens mit Tab durch die Gegend. Weil damit nimmt er das nächste Ziel. Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Ich dachte, der wäre das. Aber ich finde die nicht so schlimm wie Morlocks. Morlocks finde ich schlimmer. Oh, hier sind viele. Da ist sowas. Das liebe ich am Jäger. Mal gucken. Mal gucken. Mal schießen. Mal schießen. Mal schießen. Mal gucken. ich sollte mich angewöhnen auch meiner Trinke mit zu nehmen. So, dann kannst du schon mal hingehen. Loote ich schon mal, bevor die alle weg sind. Wunderbar gemacht. Ich versuche mich auch mal zu beeilen, wenn ich sowas hier irgendwo mache. Weil die schon mal recht schnell respawnen. So. Hier. Ich glaube am besseren. Dann weggehen. Okay. Ist auch richtig. Mal gucken, wo gleich da ist. Aber nicht weiter gestiegen bis jetzt. Immer noch bester Freund. Aber ein Level steigt mit dem auch. Ich finde eigentlich recht schnell. Auch wenn der eben hinter uns lag mit dem Aufstieg. Aber weiß, wo der uns lag. Okay. Schon haben wir die Tasche wieder verstopft mit schlingender Anteilseiten. Ich liebe sie, ehrlich. Ich habe mal eine tolle Tour. Und nix. Brauche ich mich auch nicht zu ärgern, dass ich keinen Platz habe. Okay. Das gibt's auch. Was soll's. Wahrscheinlich ist da alles Tolles drin und ich komme nicht dran. Oder irgendwas stimmt nicht, weil die Kiste war auch leer. Hm. Fast vorstellen sie, wie das aussieht. Aber da wir sowieso gerade am Ende sind, würde ich sagen, vlogge ich mal ein und aus in der Zeit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt, let's play OBB. Wir sind machender weiter in der Beutebucht. Auf Wiedersehen. Malen. Vielen Dank.